So, dann fahr' mal los. Ja, wollen wir mal rein schießen? Hallo? Ähm, geht's denn hier weiter? Also, der Plan ist, wir müssen Gefangene befreien, die es zwar nicht gibt, aber yo. Okay, verstanden. Los geht's. Okay. Ah, jetzt hab' ich keine Waffe Waffen wieder, so. Egal, ey. Du stehst nur Schmiere. Ey, die ist überhaupt keine Waffe, das ist so total langweilig. Wir brauchen Polizisten. Hallo? Wir sind grad alle im Straßendienst. So. Oh, jetzt kommen welche. Das könnte lustig werden. Alles klar. Nur nicht in die Flutlichtstrahler laufen. Okay. Du hast zwar keinen Unterschied. Ah, geil. Ach, gut. Hier. So. Hast du einen Stern? Ja. Okay. Ja, jetzt wäre ein Sniper natürlich sehr nützlich gewesen. Oh, ich hab' auch einen. Schön. Oh. Irgendwie da unten ist so ein Korb. Zeig dir an. Da irgendwo. Ach, naja. Oh, na, die Pumpkin... Ach, nee. Hol' ich mir jetzt nicht. Ah. Warte mal, ich mach mal kurz Selbstmord. Tschüss. Tschöö. Alter, wie wenig Schaden macht es denn? Alter. So. Alter, ich traf die Oma eigentlich. Was ist das denn? Irgendwie eine Eins. Oh, ich hab' den Boden erschossen. Oh, drei Sterne. Alles klar. Wir bekommen sie sucht. Okay. Oh, jetzt wäre es vielleicht sinnvoll, wenn ich mir die Pumpkin von da hinten hole. Tu, was du nicht lassen kannst. Oh, komm, komm, komm. Renn, renn, renn. Steck dich dahinter. Ja. Ja. Ähm, ja. Toll. So, komm her. Okay. Ich hol' mir schnell die Sniper. Warte kurz. Ja, ja, mach hin. So. Spaß ist vorbei. Ich komm dir gleich zur Unterstützung. Warte kurz. Bam. Wurzelt. Bam, 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 bam. Ah, was macht denn die Oma hier am Kofferraum? So, ich hab's Screenshot gemacht. Er soll sich. Äh, auf einmal ist Ruhe. Sorry, dauert nicht mehr lang. Ich bin gleich da. Kommen die hier nicht rein, oder was? Das wär' ja mega geil. Oh, hier gibt's zwei verschiedene Sniper's. Und die Polizeistation. Tschüssi. So, da unten läuft noch einer. Rüfft mich aber nicht, oder? Ich ihn aber auch nicht. Sehr schön weggerollt. Nein, komm her. So, ich komme. So, ich komme. Uff, noch mal schön. Polizeiautoklown hier. Dööö. Kaka, Kaka, Kaka. Ich brauche einen unterstützen. Ich bin schon unterwegs. Die Sterne, das ist gut. Das kommt nämlich auch Helikopter. Oh, scheiß, das ist vielleicht doch noch eine Frage. Okay, ich sage nichts. Es ist nicht gut. Es kommt in die Koffer. Scheiß, ich komme nicht schneller. Oh, ich sehe den Heli, ich knallt für dich ab. Warte. Komm, Feuer, Feuer. Ah, nicht, dafür nicht. Warte. Oh, shit. Er hat mich im Licht, er hat mich im Licht. Alter, wie weit das zu laufen ist. Wow, jetzt kommen wir richtig Party hier. Ich möchte zu deiner Party. Mann, mach hin. Hier, steig jetzt in den Lambo. Zack, zack. Party ist hier gleich zu Ende. Und zwar, weil ich nicht mehr da bin. Dann holen wir die Party halt nach. Komm her. Komm her. Mann, beeil dich. Ja. Nein. Ich sage ja und schieße daneben. Nicht egal. Okay, ich glaube, ich wurde getroffen. Weiß auch nicht genau. Raketen habe ich jetzt nicht mehr. Werdenläufen, Bulle. Alles klar. Ich habe ihn getroffen. Müssen wir irgendwie wieder abhauen. Das ist die Aufgabe. Okay, ich bin gleich da. Oh, ich sehe schon die Polizei. Hier, die spären die Straßen. Okay. Geil. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Oh, die gepanzerten Cops hier. Alter. Keine Panik, Alter. Keine Panik. Ich gucke mir die mal von der Nähe an. Ich habe ja noch keine Sterne. Also mir antun könnte nichts. Uh, fuck. Okay, ich komme. Ich versuche jetzt wieder in die Festung einzudringen. Alter Scheiße. Ich schieße jetzt mal lieber noch nicht ab, sonst bin ich in 0 Komma. Okay, 0 Komma ist ein bisschen übertrieben. In 5 Sekunden tot. So. In 0 Komma nichts. So. Alles klar. Ich wage was. Ich muss jetzt erst mal wieder einen Eingang finden zu deiner Festung, sozusagen. Ich spreche gerade aus. Oh shit, okay. Ich spreche gerade aus. Warte, ich komme dich abholen. Warte mal kurz da, wo du bist. Ich komme dich mit meinem schicken Lambo abholen. Alles klar. Ja, also wenn er bis dahin auch noch schick bleibt. So. Ich brauche erstmal wieder ein Neuver. Alter. Schneller Out. Ah, da bist du okay. Ich muss jetzt hier hochfahren. Oh, hoch. So, komm, 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 komm. Oh, Alter, Alter. Ich scheiß auf deinen Wagen, Alter. Ich komme jetzt nicht hoch. Ich komme jetzt nicht hoch. Okay, ich bin oben. Wo bist du? Bist du da unten? Ja, hallo. Scheiße, wie komme ich jetzt in den Zaun rein? Ihr habt keine Ahnung. Nein, nicht ins Wasser. Versuch hier einfach nur irgendwie wieder zu Rünste zu kommen. Also wir machen das hier nochmal. Sniper sollte ich noch haben. Nein! Nun tot. Das gibt's doch jetzt nicht. Egal, egal. Ah, warte, ich hab ne Treppe. Warte kurz. Vor der Hände liegen wir gerade. Gehen wir einfach. Wenn du schaffst, versuch mal, mich abzuholen. Oh. So, jetzt. Raus, aus. Bin gut geschwommen. So. Oh, hier ist die ganze Zeit ein Eingang. Oh, wieso hab ich die nicht gleich genommen? Alles klar, bleib da hinten. Oder, nee. Bist, wo bist du? Bist du da unten im Wasser? Nee, ich bin grad am Land. Auf dem Land. Komme ich da, komme ich da mit dem Auto hin? Ja, definitiv. Ist klar. Alter, wie die liegen hier zwei Sniper sind nebeneinander. Schick. Ich hab hier, ich hab hier, ich hab die schlechte Sniper mit dem, äh, Punkt in der Mitte statt, äh, diesem Dreieck. Es gibt da eine, wie ein Dreieck in der Mitte? Ja. Also sind zwei verschiedene. Okay. Ich komm mal. Nimm, 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 nimm. So, mal schauen. So. Bin auf dem Weg. Okay. Wollen Sie einsteigen? So. Hallo, Öhmchen. Steigen Sie ein, aber erschießen Sie mich nicht. Das mein ich ernst. Uh, den hatte ich vorhin in Rot, aber in Schwarz sieht dann noch besser aus. Wollen Sie sich Waffen abbringen? So. Uh, Rocky. Schick, schick. Hey, bis dahin. Oh. Schluck diesen Sniper-Schuss. Nein, Schatz. Wir brauchen noch, äh, Sniper. Senden noch. Man hat sich als Sniper verkämpft. So. Oh, warte, warte, vorma, rechts, 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 rechts. Ja, ich will nach rechts. Oh, jetzt bin ich ausgestiegen. Ich wollte nach rechts fahren, also hierhin. Da sind die besten, besseren Sniper's, warte, ich hole die kurz. Ich hole mir kurz eine davon. Bitte lass mir eine übrig, danke. Ja, natürlich. Du nimmst die da hinten, nicht nimm die hier. Da hinten liegt nur noch eine Schotty, glaub. So. Na, ich glaube, ich habe auch schon eine. Oh, wieso kann ich die nicht nehmen? Du läufst rein und dann hast du die schon. Ja, nee, geht gerade nicht. Oh, fuck. Achso, doch. Jetzt. Ja. Ja, die hat hundertprozentig ein besseres Scope. Ja. Und zoomt auch so, ja. Das ist die, ja, ja. So, okay. Alter, hallo? Hast du gerade wirklich meinen Entfernus gerammt? Werner, ey. Warte kurz, ich steig ein. Für die Musik immer reinkommt. So. Fall los. Fahr nochmal kurz, ja, genau da lang. Ich muss noch die Pumpgun holen. Oder auch nicht, ist mir jetzt scheißegal. Ja, ja, hol die Pumpgun. Okay. Ja, mir hat Zeit. So. So. Ja, da fällt es ja erstmal schön auseinander. Ich hab' ich gesagt, geil war das denn. So, hab' ich. Ich will noch kurz leben. Ich soll hier liegen. Sehr schön. Oh, mit dem Mausrad. Ich wusste gar nicht, dass man mit dem Mausrad zoomen kann. Wie schön. Oh, ich hab' dich im Visier. Ich hab' dich im Visier. Aber nee. Oh. Oh, sorry. Jetzt brauch' ich noch ein Medi-Pack. Ja, komm. Jetzt war mal da hinten. Ja, da hinten. Ah, es lascht da gern. Wie lange der mal ein... Braucht, um einzusteigen. Teil. Inkompetent diese Leute. Ja, überfahren ruhig ist ja. Nur ein Sivilist, ne? Hab' den nicht überfahren. So, okay. Volle Kraft voraus sozusagen. Ja, das war's. 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 Ah, der Krankenwagen ist schon unterwegs zu denen, den du überfahren hast. Hm, hm, hm. Äh, Alter, ich muss doch kurz auf die Karte gucken. Ah, hier, wir sind hier, alles klar. Dann müssen wir oder können wir... Alter, das tritt doch nicht so durch. Hier vorne schon Gefängnis, oder? Ja, oder? Doch. Ne, da... Hinten erst. Ich muss hier noch die Straße langfahren, alles klar. Dann fahr'n wir mal. Ich guck' mal, ob gerade ein besserer Kanal läuft. Ein besserer Kanal läuft? Naja, Radio. Ach so. Das kannst du ja machen. Ich hab' extra Radio aus. Ne, auch nicht. Ne. La, 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 la. Ah ja. Ja. Harte Gangster-Mocke, ne? Ja. Nein, nicht schießen! Oh. Knapp, knapp, knapp. La, 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 la. Warte, nicht schießen. Ha, ha! Aha! Du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du... Du-du-du-du-du-du-du. Na, 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 na. So. Hier ist es. Ich hoffe jetzt auch, dass du ne Sniper hast, ja, ne? Ja. Ok, gut, ich hab' auch ne... Gut. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Oh, warte, da ist noch ein Raki. Brauchen wir ein Raki? Ich, ja, ich könnte mir doch einen holen, weil ich habe hier schon ganz viel Monizier. Okay, holst du dir lieber den. Ah, ja, ja. Boah, ist ja ruhig, ey. Ja, komm, guck dir selber. So, oh, der hat wieder eine Tür. Schick, schick. Alter, was ist das denn? Wie ein Bullshit jetzt hier? So. Hat mein Radiosender angemacht? Warte, ich höre mir noch die Kugelsichterbeste. Boah, gute Idee. Oder willst du die? Nö, nö, brauchst du nicht. Ich habe die schon, ja, ich habe die schon. Ah, klar, dann kann ich die holen. Och, vielleicht brauchen wir doch einen. Sicher ist sicher. Oh, jetzt fahr ich, warte kurz. Ein Stück aus, Junge. Ist das irgendwie so ein Blutrot, ne? Oder so ein Violett? Ja, stimmt, stimmt. Hier in der Sonne sieht man es gut. Okay, fahr volle, volle Brett. Nein. Hallo! So, drin sind wir. Ist zwar keine Sau hier, aber egal. Wir machen das genauso wie eben. Okay. Ciao. 's. Vielen Dank.